Musik Es geht auf Weihnachten zu und es heißt All I Want For Christmas ist das traditionelle Weihnachtssingen beim SC Siemenstadt. Drei Jahre lang musste man geduldig warten, doch nun dürfen endlich wieder gemeinsam Weihnachtsklassiker geschmettert werden. Für uns ist es auch deshalb wichtig, weil wir alle Nachbarn und Freunde einladen, bis SC Siemenstadt hierher zu kommen und das war heute ein voller Erfolg. Wir sind total begeistert, es waren ganz viele Menschen da, es haben ganz viele Menschen mitgesungen, waren vorher an unseren Ständen, haben die Abteilung unterstützt. Wir sind sehr dankbar, dass es so toll gelaufen ist. Für das richtige Ambiente wurde auch gesorgt. Und so wird das Vereinsgeländer an diesem Abend zu einem richtigen kleinen Weihnachtsmarkt. Perfekte Voraussetzung für die fröhliche Weihnacht. Punsch trinken, Bratwurst essen oder einfach nur flanieren. Und auch, wer jetzt noch ein Last-Minute-Geschenk braucht, wird hier fündig. Also wir freuen uns richtig, dass wir hier heute wieder sein können, dass wir unseren Glühweinstand betreuen können. Und vor allen Dingen die weihnachtliche Stimmung, die uns dann so richtig ins Weihnachtstest rüberträgt. Es ist in dieser Atmosphäre besonders schön. Egal ob jung oder alt, groß oder klein, jeder kann und soll mitsingen. Und das alle Jahre wieder. Nicht jeder Ton muss getroffen werden, denn immerhin geht es um den Spaß am gemeinsamen Singen und die Vorfreude auf Weihnachten. Professionelle Unterstützung gibt es durch die Sängerin Victorin und ein Kinderchor. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt lange Jahre aussetzen müssen, lange Jahre gefühlt. Es waren nur zwei, aber nach drei Jahren lohnt es sich mal wieder, so eine Stimmung miterleben zu dürfen für den Verein, mit dem Verein. Es macht echt Laune. Hier sagt man, we wish you a Merry Christmas und lässt den Abend noch in Ruhe ausklingen. Das Weihnachtssingen mit erfolgreichem Comeback. Eine schöne Bescherung, drei Tage vor Weihnachten.